IT soll im Büroalltag helfen. Dafür wurde sie erfunden. So tauschten wir die Schreibmaschinen gegen Computer und Drucker. Und so einfach wie diese Technik waren zu Beginn auch die Ansprüche. Schneller rechnen, problemlos schreiben, korrigieren, speichern und archivieren. Das funktionierte. Dann wollten wir auch effizienter kommunizieren. Wir wechselten von Brief und Rohrpost zur E-Mail. Das funktionierte ebenfalls prächtig. Also installierten wir eigene Server, die bald große Datenmengen verarbeiten konnten. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Technologie eröffneten sich neue Einsatzbereiche. Heute können wir gigantische Archive durchsuchen, auf verschiedenen Kontinenten zeitgleich Dokumente bearbeiten und uns dabei auch noch sehen oder miteinander sprechen. Nur ist es bei diesem rasanten Wachstum leider schwer, den Überblick zu behalten. Selbst Administratoren haben Mühe, sich in dem wild wachsenden IT-Infrastruktur-Dschungel zurechtzufinden. Digitalisierung, IT-Effizienz, IT-Sicherheit, IT-Compliance, IT-Risikomanagement oder IT-Haftungsfragen sorgen zusätzlich für Komplexität. Für diese Aufgaben haben wir extra ausgebildete Spezialisten. Sie untersuchen die vorhandene IT-Umgebung, kartografieren sie und überprüfen, ob sie für heutige und künftige Anforderungen gerüstet ist. Sie dokumentieren die vorhandene Infrastruktur, erkennen Abhängigkeiten zwischen einzelnen IT-Bausteinen, Services und Prozessen, stellen Auswirkungen bei Veränderungen fest und arbeiten heraus, wie sich die gesamte Infrastruktur konsistent aufbauen lässt. Das Ergebnis erfasst die vorhandene IT-Infrastruktur schnell und vollständig, samt allen Wechselbeziehungen und stellt diese übersichtlich dar. Mit dieser IT-Landkarte ermitteln wir Kapazitätsengpässe, bestimmen Optimierungspotenziale, stellen eine langfristige Planungsgrundlage bereit und machen die Abhängigkeiten von IT-Services und Prozessen sichtbar. Kurz, mit der IT-Landkarte wissen Sie, wo Sie in Sachen IT heute wirklich stehen und wo es morgen lang geht. Fragen Sie Ihren Bechtle-Berater einfach nach der IT-Landkarte für Ihr Unternehmen. Bechtle immer geradeaus.